Wir sind nicht anonymous. Wir sind naturblau. Über viele Jahre beobachten wir den Wettbewerbsmarkt. Wir sind politisch. Gestaltung ist immer politisch. Gestaltung ist Haltung. Zu Marken, zu den Menschen, zur Natur. Unsere Haltung zu Gestaltungswettbewerben und Pitches, wirksame Konzeptions- und Gestaltungsleistungen kosten Zeit und somit Geld. Wenn Konzepte und Ideen wirklich greifen sollen, wenn Gestaltung ins Ziel treffen und nachhaltig für unsere Kunden wirken soll, dann bringt ein schneller Griff in die Schublade mit vorgefertigten Lösungen absolut nichts. Und das bekommen sie bei uns auch nicht. Wir liefern nur, was wir am besten können. Kundenspezifische Lösungen, die wirken. Und die erreichen wir nur gemeinsam mit unseren Kunden. Der Prozess, wir lernen uns gegenseitig kennen, definieren die Anforderungen, analysieren, konzipieren, gestalten, wägen ab, schleifen, fallen, entscheiden gemeinsam und feiern am Ende den Einlaufungsziel. Dieser Prozess ist notwendig und er braucht Zeit. Wettbewerbe, bei denen viele Agenturen anhand einer Standards-Briefings ins Blaue hinein liefern, sind für den Kunden selten nachhaltig zielführend. Und für die Agenturen wirtschaftlicher Humbug. Darum nehmen wir an unbezahlten Wettbewerben nicht teil. Was wir sehr gerne honorarfrei für sie tun. Wir setzen uns mit ihnen an einen Tisch. Wir analysieren mit ihnen die Aufgabenstellungen, ihre Erwartungen, Kooperationsbereiche. Wir zeigen ihnen, was wir können und sagen ehrlich, wo andere Dienstleister möglicherweise besser aufgestellt sind. Auf dieser Basis erstellen wir mit ihnen ein maßgeschneidertes Angebot. Erst dann, auf dieser Vertrauensbasis, starten wir mit der Konzeptions- und Gestaltungsleistung. Und sie können sicher sein, dass wir am Ende genau die Lösungen bekommen, die sie vorwärts bringen. Wir sind nicht Anonymous. Wir sind Natur-Blau. Wir werben für den Wandel.